Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dear Wolf. Minimum 85 wieder und David. Jawüss. Jawüss. Es geht weiter mit dem ME-Bau. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt endlich dieses ME-Scheiß mal fertig haben. Also heißt, wir brauchen einen ME-Strich. Äh, was haben wir denn jetzt schon alles von ME? Nur das ME-Laufwerk. Wir brauchen den ME-Controller. Himmelsblöcke. Ja, das braucht man. Wenn du jetzt erlaubst, würde ich die Kapteen irgendwo hinpflanzen. Gerne. Okay. Müssen die Sand unter sich haben? Ja. Ah, da drüben geht der. Da wäre eine Konstruktion. Das ist die... Ja, die habe ich ja weggeschickt. Denn... Denn... Genau, die hat gefehlt. Haha. Seine Dia. Nicht da ran. Komm. 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 Und dann. Gut. Dann... Redstone. Wir brauchen noch... 19. Wow. Ich habe den einen gerade angepflanzt. Sofort ist ein zweiter gewachsen. 19. Warme Silikon. Immer. Da. Und da. So. Das hätten wir. So. Dann brauchen wir Redstone. Und noch was falsch ist. Der eine Sterling Engine steht auch auszuhand. Was? Echt? Ja. Ich hoffe das ist es richtig. Ja. Wahr ist. Checker Paxi. So. Gott woher ist mein Himmelstein? Himmelstein? Seit der oben oder unten? Was? Das geht doch mit denen, gell? Was ist denn? Die hat sich immer zurückverhalten. Nein. Du hättest irgendwie so gerne das Kistentransport Ding da. Was sind denn das denn für Smaragden? Hä? Was sind denn das denn für Smaragden? Das sind... Das sind... Wirf ein... Sand? Glücksstaub. Glücksstaub. Hat sich ja meine Ernte wieder mal richtig gelohnt hier. Wer ist das hier? Kron. Ich sehe Kron. Ja genau. Hier wollte ich ja dieses Wasserreservor machen. Ah ok. Ah. So. 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 Wo kann ich denn unterstützen? Da wird helfen. Ähm. Kannst du die Currykisten umstellen und... oder eher gesagt, du lieferst die Erze rüber in die... ... 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